Herzlich Willkommen beim Sportclub Hoyerswerda. Wir sind heute zusammen mit euch im Lausitzbad Hoyerswerda. Im erholsamen Ambiente folgt ein neues Tabata-Training mit unserer Trainerin Fanny. Es erwarten euch 8 Übungen mit 20 Sekunden Belastung und 10 Sekunden Pause. Diese führen wir insgesamt 4 Mal mit einer Minute Erholungspause durch. Wir wünschen euch viel Spaß beim Trainieren. 5, 4, 3, 2, 1, Go! 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 5, 4, 3, 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 1, Go! 5, 4, 1, Go! 6, 1, Go! 6, 1, Go! 5, 4, 3, 2, 1, go! 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 Rest. 3, 2, 1, go! 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 3, 1, go! 3, 1, go! 3, 1, go! 4, 1, go! 4, 1, go! 4, 1, go! 5, 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 1, go! 3, 2, 1, go! Rest.